Hallo meine lieben Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zum 24. Teil meiner Tutorial-Serie Wie geht eigentlich ESP Home? Nachdem wir jetzt schon so viel über ESP Home erfahren haben, möchte ich im heutigen Teil noch einmal ein sehr besonderes Thema in meinen Augen ansprechen und zwar das Thema Services. Und zwar haben wir mit ESP Home die Möglichkeit auch Services neben Schaltern, Sensoren und so weiter für Home Assistant zu erstellen. Services kennen wir ja schon von unseren Lichtern, von unseren Schaltern. Diese bedienen wir letzten Endes ja alle über Services. Light.TurnOn oder Switch.TurnOn. Das sind ja alles Serviceaufrufe, die wir da machen. Im Normalfall reicht für die Standardsachen natürlich, wenn wir einen Schalter anlegen und dann mit OnTurnOn zum Beispiel eine Aktion auslösen. Aber spätestens bei so Sachen wie wir möchten ein Licht einschalten, aber in einer bestimmten Farbe und am besten auch noch einer variablen Farbe, die wir bei jedem Schalten neu bestimmen können, da wird es dann mit einem Schalter kritisch. Und genau hier kommen Services ins Spiel. Und wie das geht, das schauen wir uns in diesem Video einmal näher an. Brauchst du für dein Projekt noch eine Platine? Bei PCBWay bekommst du zehn zweilagige Platinen für nur fünf Dollar. Als Neukunde sogar kostenlos. Neben Epoxidharz-PCBs bietet PCBWay auch flexible oder Aluminium-PCBs an. Wer nicht selber löten möchte, kann PCBWay auch gleich das Bestücken der Platine überlassen. Doch damit nicht genug. PCBWay bietet nämlich auch verschiedenste Arten von CNC-Arbeiten an, egal ob Fräsen, Drehen oder Laserzuschnitt. Aber auch die Auswahl bei 3D-Druck lässt keine Wünsche offen. Durch verschiedene Druckarten wie FDM, DLP und SLA wird neben den üblichen Kunststoffen durch Selective Laser Melting, kurz SLM, sogar der Metall-3D-Druck mit vier verschiedenen Metallen angeboten. Alle Informationen dazu findet ihr unter PCBWay.com und hier geht es jetzt weiter mit dem Video. Hier sind wir nun bei mir im Home Assistant und legen auch direkt los. Wir wechseln wie immer nach ESPHome, legen uns unser neues Projekt an. Das nennen wir jetzt einfach mal Services. Temporäre WLAN-Daten. Ihr kennt das Spiel. Wähle den D1 Mini und wir legen los. Wie immer alles Unnötige raus. WLAN-Zugangsdaten rein. Und wir können loslegen. Damit wir jetzt überhaupt etwas haben, womit unsere Services arbeiten können, würde ich sagen, ich erzeuge uns mal eben noch zwei Beispielobjekte. Und zwar einmal eine Light-Komponente und vielleicht noch einen Switch. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich speicher das Ganze mal eben kurz und wir werfen als erstes wie immer einen Blick in die Dokumentation. Hier suchen wir jetzt einfach mal nach Services und dann finden wir hier auch direkt Native API-Komponent. Und genau um die geht es. Die wählen wir jetzt mal aus. Die API haben wir ja schon zu Beginn dieser Serie kennengelernt. Dabei geht es ja darum, dass unser ESPHome-Projekt in der Lage ist, mit Home Assistant zu kommunizieren. Beziehungsweise, dass es Home Assistant eine Schnittstelle bietet, über die Home Assistant auf unser Projekt zugreifen kann. Andersrum natürlich genauso. Und genau darum geht es ja auch im heutigen Video. Wir möchten einfach diese API erweitern um eigene Dienste. Und daher ist es naheliegend, dass diese Services eben auch unter diesem Eintrag API erfasst werden. Und zwar, wenn wir hier mal auf der linken Seite in die Übersicht schauen, finden wir User-Defined Services. Und genau darum geht es uns heute. Hier haben wir direkt wieder zwei Beispiele. Fangen wir mit dem einfachen Fall an. Wir haben unseren Eintrag API, darunter dann den eingerückten Eintrag Services. Und unter Services können wir jetzt eine Liste von beliebig vielen Diensten erstellen, die wir Home Assistant zur Verfügung stellen möchten. So ein Service-Eintrag besteht immer aus dem Attribut Service. Darüber geben wir dem ganzen Dienst erstmal einen Namen, über den er überhaupt ansprechbar ist. Und mit dem Attribut Then sind wir dann in der Lage, wie wir das auch schon von Bedingungen oder der Wildschleife oder ähnlichem kennengelernt haben, die Aktionen aufzulisten. Also hier sind auch natürlich wieder mehrere Aktionen möglich, die bei Service-Aufruf ausgeführt werden sollen. Ich würde sagen, dieses Beispiel kopieren wir uns erstmal. Den API-Eintrag haben wir ja schon in unserem Projekt drin. Also kopiere ich erst ab Services. Wir wechseln nach ESP Home, haben hier oben unseren Eintrag API. Ich finde Services so mittendrin aber ziemlich doof. Deshalb verschieben wir das API mal nach hier unten und fügen darunter unser Services ein. Den Service nennen wir jetzt einfach mal Switch for 3 Seconds. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch ein bisschen anpassen. Im Then schaltet er hier einen Switch ein, wartet bisher drei Stunden. Wir ändern das jetzt mal auf drei Sekunden. Und nach den drei Sekunden Delay schaltet er den Switch wieder aus. Das Problem ist, wir haben bei uns keinen Switch mit der ID Relay. Also kopieren wir mal hier die ID MySwitch und fügen die hinter den beiden Switch Turn-On und Turn-Off eben ein. Damit ist ESP Home jetzt auch zufrieden. Die Fehlermarker sind weg. Und insofern würde ich sagen, wir installieren das Ganze einfach mal auf unseren D1 Mini. Wählen Plug into this Computer und sagen Verbinden. Die Konfiguration wurde erstellt und unser Gerät ist auch online. Insofern fügen wir es jetzt einmal in unser Home Assistant ein. Wir gehen auf Einstellungen, Integration, fügen unsere Integration hinzu, wählen ESP Home. Ich schaue diesmal gar nicht erst ins Lock, es ist der gleiche D1 Mini, also wird es wieder die 192.168.5.160 sein. So ist es auch. Unser D1 Mini mit dem Namen Services wird erkannt, ist eingefügt, Bereich lasse ich wie immer leer, wähle fertig und unser Service Test ist integriert. Wenn wir uns den jetzt einmal anschauen, sehen wir hier ein Gerät, zwei Entitäten und bei den Entitäten handelt es sich natürlich um unser Licht und unseren Schalter. Was uns jetzt aber diesmal mehr interessiert, sind eben die Dienste. Die sehen wir hier nicht, also wechseln wir jetzt mal in die Entwicklerwerkzeuge auf den Reiter Dienste und hier gebe ich jetzt einfach mal ESP Home ein und dann sehen wir hier auch schon ESP Home Services Switch for 3 Seconds. Den wähle ich einmal aus und da wir keine Parameter oder ähnliches hinterlegt haben, können wir jetzt hier einfach sagen Dienst ausführen. Das sorgt dafür, dass der Dienst auf unserem ESP gestartet wird und dieser sollte jetzt im Hintergrund unseren Schalter für drei Sekunden eingeschaltet haben. Damit wir das Ganze jetzt besser sehen können, teile ich mal den Bildschirm auf. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt weiterhin die Entwicklerwerkzeuge und auf der linken Seite die Home Assistant Oberfläche. Hier wechseln wir jetzt in den Reiter Test, ich sage mal Benutz Oberfläche bearbeiten und füge mal eben mit der Elementekarte unsere beiden Geräte unseres ESP Home Projektes hinzu. Und zwar die LEDs, also unsere Leitkomponente und unseren Test-Schalter. So und wenn wir jetzt noch einmal den Dienst ausführen, dann sehen wir hier auf der linken Seite auch, der Schalter wird eingeschaltet und nach drei Sekunden wieder deaktiviert. Natürlich können wir diesen Dienstaufruf auch wie gewohnt über Automatisierungen umsetzen. Das heißt, wir können sagen Einstellungen, Automatisierungen, legen eine neue Automatisierung an. Als Auslöser wähle ich mal einen beliebigen Helper, der ist jetzt erstmal völlig egal. Was ich euch zeigen möchte ist, wir können jetzt hier sagen Aktion Dienst ausführen und hier unten können wir jetzt nach unserem Dienst suchen und finden ihn hier jetzt auch ESP Home.Services Switch for 3 seconds. Wenn wir den jetzt auswählen und das Ganze speichern und anschließend nochmal nach hier oben scrollen, dann haben wir jetzt hier ja die Möglichkeit Aktionen ausführen zu wählen, einfach um unsere Automatisierung zu testen. Und wenn wir das tun, dann sehen wir, wird genauso unser Schalter für drei Sekunden eingeschaltet. Das ist also jetzt ein ganz normaler Dienst wie alle anderen, die wir bisher schon in Home Assistant kennengelernt haben. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick in die Dokumentation. Im zweiten Beispiel sehen wir, neben dem Service Namen und den Aktionen, die aufgerufen werden sollen, befinden sich hier noch Variablen. Und zwar können wir über das Attribut Variables weitere Parameter für unseren Service definieren. Also Werte, die wir beim Aufruf aus Home Assistant an unseren Dienst übergeben möchten. In diesem Beispiel geht es jetzt einfach darum, Lichter einzuschalten. Und zwar das Licht mit der ID my-light. Und hierbei sollen Helligkeit und der Effekt gesetzt werden. Und dafür werden hier eben diese zwei Parameter definiert. Und zwar einmal myBrightness als Int, also als Ganzzahl, und myEffect als String, also ein Text. Wenn wir jetzt hier mal weiter runter scrollen, dann sehen wir hier, es gibt aktuell vier verschiedene Typen von Variablen, die wir hier definieren können. Und zwar einmal bool, also on oder off als gültige Werte. Dann int, das wären sämtliche Ganzzahlen. Wenn wir Kommazahlen brauchen, dann wählen wir float. Und für alles, was Texte sind, den Typ String. So, und wenn wir jetzt noch einmal uns hier dieses Beispiel ansehen, genauer gesagt die Aktion, dann sehen wir hier, light turn on, ID my light, bis dahin ist es klar. Und dann kommt brightness, lambda return my brightness. Und hier wird also, um den Helligkeitswert festzulegen, mit lambda der Wert unserer Variable ermittelt und zurückgegeben. Das heißt, mit dieser Syntax wird dafür gesorgt, dass der Wert aus der Variable, welchen wir von Home Assistant bei unserem Dienstaufruf angegeben haben, hier als Wert für Brightness verwendet wird. Und dabei Achtung, hierbei handelt es sich um lokale Variablen. Bisher haben wir, wenn wir auf Werte von anderen Objekten zugreifen wollten, einfach gesagt, ID, Klammer auf, dann die ID des Objekts, Klammer zu und dann auf das entsprechende Attribut darüber zugegriffen. Das funktioniert bei lokalen Variablen nicht und deshalb eben hier diese Lambda-Schreibweise mit return und dann den Variablen-Namen. Das gleiche auch hier bei Effect, denn auch dieser ist natürlich eine lokale Variable. So, jetzt hat dieses Beispiel hier aber einen kleinen Haken. Denn wie wir im damaligen Video zu den Lichtern schon gelernt haben, Brightness akzeptiert Werte zwischen 0 und 1 oder von 0% bis 100%. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Ganzzahlen einzugeben, also keine Prozentwerte. Das wiederum hieße, wir könnten jetzt hier bei Brightness entweder 0 oder 1 als gültige Werte angeben, was anderes wäre gar nicht möglich. Also wir könnten die 50 eingeben, die macht aber keinen Sinn mehr, denn in dem Fall, solange kein Prozent dahinter steht, wäre eben nur 0 oder 1 eine gültige Ganzzahl. Prozent lässt er uns auch nicht angeben, denn das Prozentzeichen gehört nicht zum Typ von Ganzzahlen. Insofern würde ich jetzt an dieser Stelle einfach mal das Int nachher in einen Float abwandeln, damit wir in der Lage sind, Werte zwischen 0 und 1 überhaupt einzugeben, wie zum Beispiel 0,3. Das nur schon mal am Rande erwähnt. Wir kopieren uns also jetzt hier dieses Beispiel, wechseln nochmal nach ESPHOME, gehen hier in unser Services-Projekt und fügen jetzt hier am Ende unseren zweiten Service einfach mal ein. Wie gerade schon erwähnt, ändern wir hier jetzt das Int einfach noch in Float, damit wir auch Kommazahlen eingeben können. So, und das Einzige, was jetzt noch fehlt, wir möchten über diesen Dienst Effekte festlegen können. Unsere Light-Komponente besitzt aber noch keine Effekte. Das halten wir jetzt einfach mal ziemlich schlicht. Wir sagen jetzt hier einfach mal EFFECTS und fügen jetzt hier einmal RANDOM als Effekt ein. Dann haben wir zum Beispiel noch den PULSEFFECT. Dann gibt es noch den Effekt FLICKER und meinetwegen den Effekt ADDRESSABLE RAINBOW. Damit wir bei diesem nicht so viel tippen müssen, sagen wir hier als Name noch RAINBOW. Das müssen wir natürlich noch zwei Leertasten nach rechts weiter einrücken. Damit ist ESPHOME nun zufrieden. Wir speichern das Ganze und installieren. Die Konfiguration wurde installiert. Schauen wir uns das Ganze direkt wieder an. Ich teile also wieder den Bildschirm auf, wechsle wieder in die Entwicklerwerkzeuge. Und wenn wir jetzt hier noch einmal nach SERVICES suchen, sehen wir jetzt ESPHOME.SERVICE liefert jetzt zwei Dienste. Und zwar immer noch unseren SWITCH FOR THREE SECONDS und START EFFECT. Wenn wir den jetzt auswählen, dann sehen wir hier jetzt auch unsere beiden Parameter MYBRIGHTNESS und MYEFFECT. Bei MYBRIGHTNESS kann ich, wie zu erwarten war, keine Buchstaben eingeben. Was ich aber machen kann, ist, ich kann hier sagen 0.5. Wenn wir jetzt hier einmal unsere Lichtkomponente anschauen, dann sehen wir volle Helligkeit und EFFECT NONE. Und wenn wir jetzt hier mal in die Liste schauen, sehen wir hier RANDOM, PULS, FLICKER und RAINBOW stehen zur Verfügung. Sagen wir also einfach mal RAINBOW möchten wir als Effekt haben und mit einer Helligkeit von 50%. Und wenn ich jetzt hier sage Dienst ausführen, dann sehen wir, passiert das auch unmittelbar. Er setzt die Helligkeit auf die Hälfte und wählt auch den Effekt RAINBOW. Natürlich können wir jetzt hier auch einfach FLICKER angeben und meinetwegen 80% und bei Dienst ausführen, werden diese Änderungen unmittelbar umgesetzt. Wie ihr seht, mit Diensten sind eurer Fantasie wirklich keine Grenzen mehr gesetzt und ihr seid nicht mal mehr auf irgendwelche Ereignisse von Sensoren oder Schaltern angewiesen, sondern ihr seid damit in der Lage, eurem Home Assistant beliebige Aktionen zum Aufruf zur Verfügung zu stellen. Dieses Beispiel ließe sich natürlich jetzt auch noch beliebig erweitern. Ihr könntet jetzt hier zum Beispiel noch die Werte rot, grün, blau, also red, green, blue oder was auch immer ihr möchtet setzen. Ihr könntet genauso hier weitere Aktionen im Zen noch nachträglich ausführen und und und. Probiert's gerne mal aus, lasst mich gerne auch mal in den Kommentaren wissen, ob ihr vielleicht Services schon mal nutzt, wofür ihr sie nutzt oder nutzen möchtet. Aber ich glaube, an Erklärungen dazu soll's das an der Stelle gewesen sein. Ja, soviel erstmal zu Diensten in ESP Home. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen, wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt. Stellt sie mir wie immer gerne unten in den Kommentaren oder schaut gerne auch bei uns auf dem Discord vorbei. Link blende ich hier ein, findet ihr auch nochmal oben in der Infobox. Bei uns auf dem Discord werden täglich viele interessante Themen rund um Home Assistant, Arduino, Raspberry Pi, 3D-Druck und natürlich auch ESP Home diskutiert. Wenn euch also diese Themen interessieren, schaut gerne mal vorbei. Wird mich freuen, den ein oder anderen von euch dort begrüßen zu können. Ansonsten hoffe ich natürlich, wie immer hat euch das Video gefallen, beziehungsweise ich hoffe natürlich, euch hat die gesamte Serie gefallen. Denn für dieses Jahr soll's das erst einmal gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt erstmal in den Winterschlaf und im nächsten Jahr machen wir dann hier wie gewohnt natürlich weiter. Ja, aber an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank wirklich für jede Art von eurer Unterstützung. Es war einfach unglaublich dieses Jahr für mich. Wir haben eine Million Views geschafft, dann 10.000 Abonnenten auf YouTube und jetzt zum Abschluss auch nochmal 1.000 Mitglieder auf Discord geknackt. Also ich bin sprachlos, mir fehlen die Worte. Also vielen, vielen Dank nochmal für jede Art von Unterstützung. Sei es durch ein Like, durch ein Abo, durch ein Kommentar oder natürlich auch die YouTube-Mitgliedschaft, die ihr hier unten findet. Mir bleibt an der Stelle nichts mehr übrig, außer einfach nochmal Danke zu sagen, euch natürlich noch schöne Weihnachtstage zu wünschen. Genießt die Feiertage und passt auf euch auf, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr. Da sehen wir uns dann wieder und ich verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten Video. Ciao!